Die Wespen- oder Zebraspinne hat eine individuelle gelb-schwarze Zeichnung und gehört zu den Radnetzspinnen. Typisch ist das zickzackartige Stabiliment im Netz, das die Spinne gerade produziert. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Spinnen lieben sonnige Standorte mit halbhoher Vegetation und vielen Heuschrecken als Beute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020